Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part Pokémon, die silberne Edition, ähm, ja, wir sind hier in Azalea City, äh, ne, abends mal wieder, weil meine Uhr irgendwie falsch eingestellt war, wisst ihr ja Bescheid, bin jetzt auch zu faul zu, okay, sie ist aktuell auch falsch eingestellt, aber es ist auch egal, ähm, wie gesagt, wir gehen in Steineichenwelt, mein Gott, ähm, und wollen da, äh, ja, ne, halt durch, So, ähm, mit dir spreche ich einmal kurz, oh Mist, mein Boss wird sauer sein, äh, das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen, ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen, es ist so groß, dunkel und unheimlich, oh mein Gott, es ist so dunkel, ja, oh mein Gott, es ist schon viel zu dunkel, da hast du recht, es ist schon, 20 nach, 7, mein Gott, So, wie gesagt, dieses Porenta, das müssen wir suchen, was heißt suchen, das ist eigentlich ganz einfach, das, äh, müssen wir bloß an eine bestimmte Stelle lenken, diese ganz bestimmte Stelle, Quark, Porenta ist voll cool, ne, Porenta ist echt voll cool, Quark, äh, was ist das, ein Pokémon, Mirabla, okay, und Mirabla, ähm, möchte ich nicht haben, Das ist mir relativ egal, das werde ich jetzt ganz einfach wieder ignorieren, Quark, so, äh, toll, geh weg, noch ein Mirabla, oh nein, komm, das ist mir so egal, Leute, ernsthaft, geh weg, Ja, entkommen, sehr schön, so, hallo, Quark, wie war das jetzt eigentlich, ey, diese scheiß Pokémon, ihr nervt, nervt, müssen wir irgendwie mal einen Schutz kaufen oder sowas, das geht mir echt wahnsinnig gerade auf den Sack, Quark, ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite ich auch das Ding ansprechen soll, ich mach mal von hier, Quark, okay, das ist falsch, ein Item, Beleber, okay, das, äh, kann man benutzen, Oh, Leute, geht mir gerade ziemlich auf den Sack, wisst ihr das, ein Zubat, oho, ausnahmsweise kein Mirabla, du bist mir trotzdem scheißegal, Wat, Flucht unmöglich, oh, ne Superschall, danke, wird das lahmste Pokémon überhaupt, nenn er dann noch verwirrt, ey, boah, komm, leck mich am Arsch, ey, Blutsauger, ah, toll, mach dich weg, weg, tschüss, weg, KP verloren, Flucht, los, weg, so, okay, mhm, spreche ich es dann dieses Mal von oben an, mein Gott, was macht da den Unterschied, ne, ach, ey, komm, ey, sowas nervt mich ernsthaft, und jetzt so ein scheiß Paras, was soll ich mit dem Dreck, Komm, weg, verpiss dich, ich will dich nicht, tschüss, mach dich weg, irgendwie so ne hässlichen Pokémon, Mann, geht weg, verdammt, soll ich dann von hier mal probieren, jo, das ist richtig, in die Richtung sollst du auch gehen, machste klasse, weitermachen, Okay, Puranta ist verwirrt, äh, läuft erstmal eiskalt gegen Baum, das ist sehr normal, ne, das mach ich auch immer, wenn ich, ne, keine Ahnung, nachts in einem dunklen Wald unterwegs bin, dann, äh, ne, hört ihr mein Handy? Richtig, das war mein Handy, hey, toll, äh, geil, ich werd auch in jedem Part genervt, Einen Moment, ich guck schnell nach, ja, leck mich, die ist mir egal, ich mach jetzt einfach weiter, ähm, so, hier sah da wieder, ähm, Wow, vielen Dank auch, ähm, die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze, Ah, shame on you, ehrlich mal, das ist eigentlich ja kein Problem und so, ah, mein Puranta, du hast es für uns gefunden, Kleiner, Wir können uns nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden, danke, Kleiner, Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies, way, VM1, uh, cool, so, äh, Zerschneider, äh, das bringen wir dann irgendeinem Pokémon bei, Genau, benötig Orden aus Azalea City, den haben wir ja schon, super, also, ähm, Beutel, VM1, ja, Zerschneider, genau, Du hast es ja fast einen Punkt beibringen, I like James, eindeutig, würde ich sagen, der kriegt die jetzt eiskalt, Erlern Zerschneider, okay, musst du nicht mal was vergessen dafür, praktisch, gut, Zerschneider einsetzen, Jo, hau rein, so, und hier ist auch der, äh, Schrein, meine ich, oder, der Steineichenwaldschrein, Es wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt, der Waldpatron, das war doch Celebi, oder? Das konnte man in der deutschen Version nicht fangen, ich meine, das war, das war ganz lustig, das war in der, äh, Bloody Platinum, wann war das, glaube ich, da war ich gerade in diesem, ähm, Ewig, Ewigwald, oder wie der heißt, oben, Ne, ihr wisst bestimmt Bescheid, da gab mir auf einmal ein Black Celebi über den Weg, das war, äh, auch, äh, ganz interessant, So, ich gehe aber mal weiter, und noch ein Schild, äh, oh Gott, Fassatur, Hilfe, Der Steineichenwald ist so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann, hm, halt ausschau nach verlorenen Gegenständen, Und zufälligerweise findet man genau, Leck mich am Arsch, Und zufälligerweise findet man genau hier Einen Hyperheiler, way! Zufälligerweise, Ganz Zufälligerweise, Ich meine, hier fand man auch noch was, Ne, okay, dann nicht, Aber es gab hier noch irgendeine Stelle, ich, ich, nach der suche ich jetzt, Da ist eine, Supertrank, Super, Supertrank, ein Item, In der Tasche, äh, He, 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 Ein Zubat, Oh, hey, Mach dich weg, Du bist doof, So, ähm, Ich will hier natürlich nochmal komplett durch, Dass ich auch alle Trainer mitgenommen habe, ne, Ah, diese Pokémon, die gehen mir gerade so auf den Sack, Das ist echt scheiße, Flucht unmöglich auch noch, Ach, aha, Verdammt, mach dich weg, KP verloren, Los, komm, verpiss dich, so, Warte mal, Jetzt gucke ich mal kurz nach, Habe ich denn vielleicht sogar einen Schutz, Nö, habe ich nicht, Okay, vergessen wir das wieder, Hier unten, meine ich, lernen wir noch eine, ähm, TM, Von dem Typen, Oh, komm Leute, ey, Verpisst euch doch, Ich hab keinen Bock auf eure scheiß blöden, Blöden Pokémon, Ah, na, komm, So, nochmal, Hier, ähm, Was ich mache, Was ich mache, ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln, Das macht Spaß, probier es doch auch einmal, Yay, TM2, Uh, Jo, ähm, Kopfnuss um Bäume zu schütteln, Manchmal fallen schlafende Pokémon herunter, Jo, okay, schön, Da kann man, Ich meine, äh, Aber wie hieß das noch? Irgend so ein bestimmtes Pokémon kann man damit fangen, Aber naja, Egal, Ich gehe mal weiter hier, Hier war auch, glaube ich, noch was, oder? Nö, Okay, Dann war da nichts, Dann war das einfach so eine Ausbuchtung, Sag ich mal, Ach, Noch ein paar Rass, Ach, Ihr seid mir so egal, Leute, Ihr seid mir so scheißegal, Ernsthaft, Komm, Verpisst dich, Mach dich weg, So, Ähm, So, Wie war das jetzt? Hier, Bei der Tante, Da lernt man, glaube ich, Was kann das sein? Oh, süßer, Du erstellst einen Pokédex, Das muss schwierig sein, Wenn du keinen Pokémon draufst, Versuch was mit dieser TM, Ja, okay, Da kann ich dann noch mehr Pokémon auf dem Weg treffen, Toll, was? Das ist, Klasse, Wow, Super, So, Ähm, Hast du noch irgendwas für mich? Hast du den Schrein gesehen, Der, Der, Der Schutzpatronen gehuldigt, Er wacht über den Wald aus einer anderen Sache, Ich glaube, Das ist ein Pflanzen Pokémon, Nein, Es ist nicht, Ich meine, Es ist Käfer, So, Der geht hier total ab, Da hast du ja schon halb Angst und sowas, Hier trainiere ich, Oh, Oh mein Gott, So, Teenager Guido möchte kämpfen, Ich weiß nicht, Ob du mir noch eine Nummer gibst, Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, Wurde das sein? Ich weiß es nicht, Ich habe immer noch nur diese blöden Attacken mit diesem Ding noch ein, Naja, Ähm, Wen hauen wir da rein? Ich hau mal Yenichi rein, Der haut da dann ordentlich rein und so, Oh mein Gott, Tackle, Oh nein, Das hat keine Wirkung, Überraschung, So, Ähm, Schlecker, Ey Leute, Ernsthaft, Ich blick das nicht, Wann bringt das was und wann nicht? Hallo? Scheiß drauf, Hau ich Dante rein, Das bringt auf jeden Fall was, Also, Oh Gott, Manchmal habe ich ja so das Gefühl, Der gute Basti ist total sinnlos, Ohne jetzt irgendwie Kritik an ihm zu üben, Du bist sinnlos, Basti, Ehrlich, Das bist du, Hallo? Binke, Binke, Naja, Ähm, Ratfratz besiegt, Und da dran ist ja, Ähm, Ne, Und so, Ihr wisst Bescheid, So, Ähm, Sandern, Ähm, Ja, Da möchte ich erst wechseln, Zwar eigentlich gerne zu LeWaun, Weil, Äh, Sandern ist Typ Erde und sowas, Und eigentlich, Ja gut, Ich habe noch keine Wasserattacken, Wird langsam Zeit, Leute, Es wird langsam Zeit, Und weißt du was, Dann haue ich Fluch da drauf, So, Einmal, Würde ich sagen zweimal, Oder? Zweimal, Reicht das? Ah, Ich hau dreimal, Ich hau dreimal, Wenn der, äh, Jetzt sowieso ein Dings macht, Haue ich dreimal drauf, So, Nochmal, Kratzer, Uh, Es ist so overpowered, Finde ich die Attacke, Also irgendwie schon, Also ich meine, Was will bitte ein Fleckmon mit, Äh, Geschwindigkeit, Also von daher, Komm, Scheiß drauf, Komm was rauf, Und im Notfall, Kann ich immer noch, Ähm, Na, Okay, Da könnte ich eigentlich noch einen vertragen, Naja, Wie gesagt, Es braucht keine Geschwindigkeit, Es ist einfach so, Kannst du nichts mit anfangen, Nochmal Fluch, So, Ja, Meinetwegen, Wunderschön, Und noch, Äh, Ja, Okay, Nochmal Fluch wollte ich jetzt eigentlich nicht, Aber okay, Wenn wir gerade dabei sind, Mein Gott, Schön, 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 So, Tackle, Das bringt so wenig, Irgendwie, Yay, Haut rein, Ja, Nochmal werde ich jetzt nicht, Äh, Dings einsetzen, Ne, Mal sehen, Was wir jetzt hier nach für den Gegner kriegen, Volltreffer, Uhu, Ein Schockgesell, Ne, Also das haut gut rein, So, Habitag, Habitag, Das ist jetzt, Ne, Wenn ich es jetzt schon verwirren, Äh, Ver, Viren können, Leon, Alter, Was ist hier los, Aber ich hab noch keine anständigen Attacken dafür, Das ist doof, Wobei, Doch, Quatsch, Vollilarm könnte ich einsetzen, Klar, Warum nicht, Aber egal, Jetzt ist es, What the fuck was this shit man, Der hat den ja weggehauen wie nichts, Ach, Top, Passt, Haut rein, Geht schon, Nochmal Tackle, Silberblick, Uhu, Also das ist ja jetzt mal echt geil, Naja gut, Acht Level, Ne, Also, Also, Der hat acht Level und vier Level sind dazwischen, Nämlich, Keine Ahnung, Ja, Was ist passiert, So, Wunderschön, Ähm, Ich würde sagen, Ich mach noch ein paar Trainer, Würde ich sagen, Ne, So, Du bist glaube ich ein Feierabend, Oder? Nein, Nein, Quatsch, Du bist ein Poké-Fan, Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt, Sehen wir mal, Wie stark es geworden ist, Naja, Ja, Das werden wir dann sehen, Die Pension, Die ist ja gleich hier oben, Ja, Du bist ein Poké-Fan, Ich hatte recht, Uh, Pikachu, Ich glaube es ist ein Pikachu, Nein, Snoobool, Okay, War jetzt eigentlich so, Dass der einen Snoobool hatte Und irgendeine andere Tante auf dieser, Dings, Die hatte mal nicht das, Äh, Andere Dings, Boomster, Snoobool ist glaube ich Typ normal, Kann das sein? Ich weiß es nicht, Ich schaue jetzt Dante rein, Ich weiß es nicht, Keine Ahnung, Das ist eine gute Frage, Ähm, Windstoß, Weil es hat, Bis es auch Typ Unlicht, Also von daher, Wird es wohl Typ Unlicht sein, Naja, Ist jetzt drinne, Und, äh, Gegen Typ Unlicht kann ich, Ich, Ich weiß das sowieso noch nicht, Äh, Lass mir eigentlich hier irgendwas hinlegen, Irgendwie diese komische Tabelle, Äh, Wie, Äh, Welche Pokémon wie effektiv sind, Äh, Weil ich, Teil das ja sowieso nicht, Ich bin ja so als best, Als bestes, Ne, Ja, Ist klar Leon, Am besten so als Hintergrund, Oder so ein Scheiß, Nochmal Windstoß, Dann sollte der jetzt weg sein, Eww, Wunderschön, Level 13, Sehr schön, Okay, Warum muss es auf dieser Weise hin, Oh, Tut mir ja leid, So, Nächster Trainer, Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse, Oh, Du bist ein Schüler, Du bist ein Schüler, Aber ich weiß nicht, Welche Pokémon du hast, Wahrscheinlich irgendwie Taubsee, Radfratt, So eine Scheiße irgendwie, Oder? Vielleicht auch Nidoran, Menki, Ja, Nö, Damit habe ich jetzt eher weniger gerechnet, Vor allem, Weil Dante jetzt schon halb tot ist gerade, Aber theoretisch kann ich auch Inichi reinsetzen, Werde ich das einfach mal machen? Silberblick, Huh, Verteidigung sinkt, Aber wenn du nur um physische Attacken einsetzt, Ist mir das relativ, Deswegen, Oh, Komm, Mach ruhig, Ist mir egal, Parallisiert auch noch, Schön, Wunderschön, Silberblick, Was anderes hast du wohl nicht drauf, Was? Haha, Da hat der Spieler gut aufgepasst, Was? Haha, Toll, Machst du das und so, Gut, Ähm, Nochmal Schlecker, Schlecker, Okay, Meinetwegen, Nochmal Schlecker, Gut, Sehr schön, Und, Dicta, Ähm, Ja, Für Dicta wechsle ich, Für Dicta setze ich einen James mal wieder rein, Der war schon lange nicht mehr drin, Ne, Also, Ist ja schlimm, Ist das, Einfach, Was hab ich denn hier alles, Rankenhebe einfach rein, Doch, Komm, Rankenhebe, Intensität, Naja, Gut, Da hab grad, Erleon, Lern sprechen, Ah, Gut, Hilfe, So, Rankenhebe, Schock güzel, Ne, Würde ich mal so sagen, Reuler, Hö, So, Sehr schön, Okay, Super, Dicta besiegt, Level 14, Für I Like James, Sehr schön, Teenager Lorenz, Hulte besiegt, Oho, Nein, Es gibt noch bessere Trainer, Ach, Was du nicht sagst, Jo, Ähm, Gut, Ich ordne eben kurz das Team, Und ich würde sagen, Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Bei Pokémon, Die Silberne Edition, Ich muss gar nichts umändern, Okay, Gut, Wie gesagt, Wir sehen uns das nächste Mal, Bei Pokémon Silber, Haut rein Leute, Bis denn, Tschüss, Jetzt, Bis zum nächsten Mal.